Guten Mittag, Mahlzeit und Hallo! Hier ist euer Taddingo von Munich FPV und heute schauen wir uns das wichtigste Thema beim Copterfliegen an. Warum ahmt mein Copter nicht? Munich FPV Bastelstunde! Willkommen zurück! Ihr habt es euch schon gesagt, wir schauen uns heute an, wieso ahmt denn mein Copter nicht? Gerade in der jetzigen Zeit, Corona ist ein bisschen am abklingen, man kann wieder ein bisschen mehr raus, kommen noch viele neue Leute zu unserem wunderschönen FPV-Hobby dazu und man sieht so ein bisschen, wenn man sich, sei es im Internet, sei es in WhatsApp-Gruppen, es kommen doch immer wieder die gleichen Fragen, also beispielsweise mein Copter flippt aus, wenn ich arm oder aber mein Copter armt schon gar nicht erst mal. Deswegen schauen wir uns heute mal das Thema an, geht ein bisschen mehr Richtung Neulinge, die Pros kennen bestimmt alle Tricks und Kniffe von Betaflight, wieso denn der Copter nicht armt, aber geht ein bisschen mehr an die Neulinge. Vielleicht starten wir auch so eine kleine Serie mit so diesen Einsteiger-Tipps, einfach auch mal um einen deutschsprachigen Raum so dem Joshua Bartel mal ein bisschen Paroli zu bieten. Gibt es auch ein paar andere, aber sagen wir mal, man will doch mal so ein bisschen eigene Note mit reinbringen. Fangen wir mal im Grundsätzlichsten an, was bedeutet denn überhaupt Amen? Amen bedeutet, ich schalte die Motoren scharf und bei den normalen Einstellungen bei unserem Copter bedeutet es, dass auch die Motoren zu drehen anfangen, weil normalerweise hat man so fünf Prozent Gas, die als Standgas in Anführungsstrichen gelten. Hat einfach den Sinn, wenn man jetzt im Flug zum Beispiel Manöver machen will, ich will eine Rolle machen, nehme ich einfach das Gas weg und fange dann an zu drehen und dass der Copter jetzt nicht komplett ins Trudeln kommt, weil er nicht mehr stabilisiert, weil so ein Copter stabilisiert ausschließlich über die Propeller, ist immer so ein bisschen Gas da, das heißt die Motoren drehen immer so ein bisschen und der Flight Controller kann, wenn ein Air-Mod an ist, auch noch wenn ich selber auf Nullgas bin, das Gas beliebig rauf und runter regeln, in Anführungsstrichen, um die Regelung am Laufen zu halten. Genau, jetzt kann es passieren, ich habe mir meinen Copter neu zusammengebaut, habe ihn neu gekauft, was auch immer, ich habe vermeintlich alles richtig konfiguriert, ich habe auf meine Funke einen Schalter belegt, um zu armen. Es gibt verschiedene Prozeduren, wie man armen kann, das lassen wir hier mal weg, hier lassen wir mal den einfachsten Fall stehen, ich drücke den Schalter und der Copter sollte armen. Bei mir und meiner Funke ist das einfach einer, der sehr nah und schnell zu erreichen ist, das heißt, wenn irgendwas los ist, kann ich schnell den Schalter wieder umlegen und er desarmt wieder und ist relativ ungefährlich im Vergleich zu einem Copter mit drehenden Motoren. Erstmal vorneweg, wenn ihr versucht, Armen zu debuggen, sei es erarmt nicht oder ihr seid nicht so sicher, wann er armt, wann nicht, macht so wie ich, seid wie Paddy, seid sicher, macht die Propeller ab. Vor allen Dingen, wenn ihr unsicher seid, ob er armt, ob er nicht armt, ist es relativ unvorsichtig, wenn ihr sogar dumm und töricht, wie man so schön sagt, die Propeller dran zu lassen, auf einmal armt nicht, armt nicht und er fängt doch an zu armen und euch dreht die Propeller im Gesicht. Habt ein blutiges Gesicht, will keiner, bringt keinem was, das lassen wir mal lieber weg. Genau. Wie gesagt, ihr habt die Funke richtig konfiguriert, vermeintlich richtig konfiguriert, habt im Betaflight eigentlich alles richtig eingestellt und der Arm trotzdem nicht. Der erste und wichtigste Grund, den man ohne sonst irgendwas zu wissen einmal so in die Welt hinaus versauen kann, ein Betaflight-Copter wird niemals armen, wenn der Copter an USB hängt. Das ist ein Sicherheitsfeature in Betaflight, wie ich es gerade gemeint habe, ihr habt den Copter auf dem Schreibtisch liegen, versucht ihn zu armen, versucht ihn vielleicht auch versehentlich zu armen und er würde anfangen die Motoren zu drehen, prinzipiell oder theoretisch auch mit Propellern, weil das sind nicht alle immer vorsichtig, wäre auf dem Schreibtisch ziemlich tödlich, deswegen verhindert Betaflight armen, wenn der Copter am USB hängt. Das ist schon mal der erste wichtigste Grund. Prinzipiell muss man auch sagen, dieses Video geht jetzt nur um Betaflight mit KISS und FlightOne und was es sonst noch so gibt, kenne ich mich persönlich zu wenig aus, deswegen beschränken wir uns hier mal auf Betaflight. Ist wahrscheinlich auch die Software, die die meisten Anfänger benutzen werden, deswegen richtet sich das Video hauptsächlich an Betaflight-Leute, auch in mehr oder weniger aktuellen Versionen. Ich glaube, die Informationen, die ich jetzt hier kundtun werde, sind so ab Betaflight 357 vielleicht ein bisschen vorher noch gültig, aber im Prinzip ist es in Betaflight mehr oder weniger immer gleich, wieso der Copter nicht armt. Genau. Wo wir bei Betaflight waren, schauen wir doch gleich mal hier in das Betaflight-Wiki rein, da gibt es nämlich eine wunderschöne Seite im Betaflight-Github, Link kommt hier unten in der Beschreibung, wenn ich es nicht vergesse, aber hoffentlich nicht. Da stehen eigentlich alle Gründe drin, wieso euer Copter nicht armen sollte. Da scrollen wir jetzt mal kurz drüber. So, hier wären wir jetzt also im viel besprochenen und tollen Betaflight-Wiki auf ihrer GitHub-Seite. Die URL hier oben kopieren wir euch in die Beschreibung rein, dann braucht ihr jetzt hier nicht kurz abschreiben. Wie der Name schon sagt, diese Seite beschäftigt sich mit Arming-Sequence und Safety im Betaflight. Gehen jetzt nicht alles durch, nur so die wichtigsten Sachen. Hier ist erstmal, wo gibt es Informationen darüber, wieso armt denn der Copter nicht. Das erste ist im Command-Line-Interface, das zeige ich euch später noch. Das zweite ist direkt im OSD, das zeige ich euch auch noch. B-Patterns kann ich euch leider nicht zeigen, weil ich kein Copter mit einem richtigen B-Pub, sondern nur ESC-Bipo und die funktionieren hier nicht. Und schließlich noch direkt im Betaflight-Configurator, das zeige ich euch später auch noch. Genau, gehen wir später erstmal alles durch. Und hier ist jetzt diese Liste, wieso könnte es denn sein, dass der Copter nicht armt. Also es geht los mit so Sachen wie, ist das kein Gyro, die detektiert wurden. Naja gut, schlecht. Braucht man schon zum Fliegen. Und das letzte ist schließlich Arm-Switch, ist ein unsafe Position. Die Beep-Codes können sich von Betaflight-Version zu Betaflight-Version unterscheiden. Da müsst ihr dann mal schauen, welche Version ihr habt. Es gab zum Beispiel in Betaflight 3.2 noch keine Runaway-Protection. Das ist auch ein Flag, das man ganz gern mal sieht, wenn man zum Beispiel Propeller oder einen der Propeller-Fallschung drauf hat. Im Endeffekt, was hier passiert, der Copter detektiert im Moment des Armens, dass die Winkelgeschwindigkeit, die er fährt, zu hoch wäre. Beispielsweise, weil eben der ausflippen würde oder sonst irgendwas kaputt ist oder sowas. Und dann verhindert er das Armen hier wieder. Genau. Wenn ihr nach Beep-Codes geht, müsst ihr hier schauen nach der Version, habe ich schon gesagt. Und die unterscheiden sich. Hier vorne der Name ist prinzipiell das, was im OSD steht, wenn der Zustand eintritt. Später zeige ich euch im OSD zum Beispiel Throttle oder Angle, kann ich euch später zeigen. Genau. Wichtigste, was ich schon gemeint habe, hier MSP-Connection. Das heißt, der Copter hängt am USB. Das heißt, der wird niemals Armen. Das ist eigentlich so Grundnummer eins, was man schauen soll oder was vergessen hat, ob man vielleicht noch am OSD hängt. Ansonsten würde ich sagen, wir schauen wieder ein bisschen weiter. Ich zeige euch ein bisschen DVR. Wir schauen direkt in den Configurator. Das ist ein bisschen besser, als hier diese Liste einzeln durchzugehen, weil im Endeffekt sind nur zwei bis drei der Gründe hier wirklich, was man häufig sieht. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Die meisten von diesen Gründen, werdet ihr vermutlich niemals sehen, sind in Anführungsstrichen mehr oder weniger esoterischer Natur. Ich werde jetzt hier mal die paar wichtigsten, die mir so in meiner praktischen Erfahrung schon untergekommen sind, mal vorstellen und auch vielleicht kurz in kleine DVR-Aufnahmen zeigen, wie das in einem Beta-Verhält OSD aussieht, wenn dieser Grund eintrifft. Das ist nämlich, wenn ihr die Brille am Start habt, auch am Schreibtisch, die wichtigste, wichtigste Quelle herauszufinden nach dem Arming-Flags im USB. Wieso denn der Copter nicht armt? Genau. Bevor wir da hinkommen, zu schauen, wieso armt denn der Copter nicht? Erstmal sollten wir wirklich verifizieren, dass er denn jetzt überhaupt armen sollte. Das heißt, ihr habt den Receiver angesteckt, das heißt, ihr habt den Akku angesteckt, ihr versorgt den Receiver mit Strom, ihr habt eure Funke angeschaltet und habt den Copter auch an USB und geht dann im Beta-Flight auf den Receiver-Tab und da gehen wir jetzt mal zusammen in den Konfigurator rein und schauen uns das Ganze an, wie es bei meinem Copter aussieht. So, liebe Zuseher, wir sind jetzt im Beta-Flight-Configurator. Comport ist schon ausgewählt. Ich verbinde mich mit meinem Copter. Genau. Liegt jetzt hier neben mir auf dem Tisch. Seht ihr jetzt erstmal nicht, nicht so dramatisch, wenn es was zu sehen gibt, dann zeige ich euch, aber glaube ich jetzt erstmal nicht. Genau, wir sind jetzt erstmal hier in dieser grundsätzlichen Übersicht und hier sehen wir schon, wenn wir hier drüben schauen, so eine erste Info, was Arming Disable Flex angeht. Throttle heißt, dass die Gasposition nicht auf Null ist, zeige ich euch gleich. RPM-Filter heißt, dass die RPM-Filter nicht richtig geladen sind. Macht auch Sinn, weil der Copter hängt bis jetzt nur an 5 Volt, das heißt, die ESC hat noch keinen Strom und MSP ist es schon öfters angesprochen, dass er an USB hängt, das heißt, er wird nicht armen. So, ich gebe jetzt mal Strom auf den Copter. Achtung. Das heißt, RPM-Filter ist verschwunden, die ESC ist richtig initialisiert, meine Funke könnt ihr jetzt auch nicht sehen, zeige ich euch erstmal hier. So sind meine aktuellen Stick-Ausschläge. Ihr seht, ja, Gas und so weiter. Gehe ich jetzt mit Gas unter 1000 und wir gehen wieder zurück auf die Infoseite, seht ihr, dass auch dieses Throttle-Flag verschwunden ist, das heißt, prinzipiell könnte er jetzt armen. Geht mal ein bisschen, genau. So, mein Arming-Switch ist normalerweise AUX1, das ist der hier, und er sollte nur hier oben armen. Das ist meine Funke in der Stellung jetzt ganz oben, das heißt, hier ist dieser aktuelle Wert, den er gelesen hat. Sieht man auch hier, 988. Wenn ich den Schalter jetzt umlege, seht ihr, dass er hier in diesen grünen Bereich geht, das heißt, er würde jetzt armen, schreibt aber schon, es ist disabled, weil er an den USB hängt. Und man sieht hier auch im Receiver-Tab AUX1 ist auf 2000 gegangen. Da könnt ihr überprüfen, ob der Schalter, den ihr fürs Armen ausgewählt habt, auch tatsächlich das macht, was ihr glaubt, was er machen soll. Und hier könnt ihr dann überprüfen, ob er auch in den richtigen Bereich geht. Wie gesagt, wenn er an den USB hängt, wird hier immer arm disabled stehen, weil er an den USB einfach nicht armt. Was ich vorhin noch erwähnt habe, dieser Arming-Winkel-Schutz quasi, den findet ihr hier auf der Configuration-Seite. Und dann gibt es hier Arming. Das ist der maximale Winkel, bei dem man armt. Hier drüben ist auch erklärt, was da passiert. Man braucht einen Accelerometer. Keine Ahnung, wenn man den nicht hat. Ist auch nicht so dramatisch. Aber wenn der Copter, wenn ich jetzt hier 25 Grad einstellen würde, muss man kurz mal rebooten. Und was ich jetzt mit dem Copter mache, müsste man mir erst mal glauben. Sagen wir mal, ich kippe ihn jetzt ein bisschen. Ah, hier sieht man sogar das Bild. Das heißt, ich müsste es mir gar nicht nur glauben. Jetzt sieht man hier drüben noch das Engel-Flag hinzu. Das heißt, es verschwindet jetzt wieder. Und es ist dann eben gerade so diese 25 Grad, die der Copter haben darf oder die er nicht haben darf, vor denen er armt oder vor denen er eben nicht armt. Genau. Sonst gibt es hier eigentlich nicht groß, was zu beachten bezüglich Arming. Wie gesagt, schaut einfach drauf. Das erste Mal, dass die in den Mode-Tabs, dass ihr das richtige, richtigen AUX-Kanal für Arming belegt habt. Und dass im Receiver-Tab auch das Richtige ankommt, was denn da ankommen soll. Jetzt steckt man den Kameraden mal ab. Und das seht ihr jetzt natürlich nicht, weil ich zuvor bin, die Kamera umzustellen. Aber ihr hört es ja dann, wenn der Armt, dann müsst ihr mir jetzt einfach mal glauben. Stecken ihn mal ab. Starten ihn mal nochmal neu. Schadet nicht. Und dann armt der Copter auch. Genau. Ich zeige euch jetzt noch ein bisschen, wie die verschiedenen Sachen im OSD ausschauen, wenn es nicht klappt, weil das ist, was man im Feld so als erste Quelle hat. Gegen manche kann man im Feld leider nicht so wirklich viel machen, aber einfach, dass ihr es mal gesehen habt. Und dann sehen wir uns gleich. So, hier sieht man mich jetzt beim Versuch zu armen. Hier halten wir mal kurz an. Achtet links unten drauf. Diese 27, das ist meine aktuelle Gasprozent. Das heißt, Gas ist nicht Null. Und man sieht jetzt hier auch in der Mitte schön über meiner Lipospannung das Wort Throttle. Das heißt, hier ist die Warnung, der Copter ahmt nicht, weil das Gas nicht auf Null ist. Wenn man jetzt dann das Gas einfach wieder auf Null nimmt, ahmt er nicht einfach, sondern kommt die nächste Warnung, Arm-Switch. Das heißt, du musst den Switch einmal wegmachen, wieder setzen und dann ahmt der Copter auch. Das sind jetzt mal so die zwei, drei wichtigsten Gründe, wieso ein Copter nicht ahmen kann. Wie in der Tabelle gesehen gibt es noch sehr, sehr viel mehr Gründe. Allerdings sind die meisten davon, wie schon gesagt, eher theoretische Natur, beziehungsweise sehr selten anzutreffen. Meistens steht dann im DVR ein Hinweis darauf oder eben im CLI kann man die Arming-Flags auslesen, wie ihr gesehen habt, also im Command Line Interface von Betaflight. Und da steht dann eigentlich immer relativ genau, was denn das Problem ist. Und auch im Betaflight-Wegi steht dann, wie man das Problem beheben kann. Wichtig noch, wenn ihr einen richtigen Beeper dran habt, habt ihr auch im Wegi gesehen, dann gibt Betaflight auch Beep-Codes aus. Und da wir ja alle Amateurfunk-Lizenzen haben, da manche mit mehr als 25 mW fliegen, kennt ihr das ja vom Morsen noch. Einfach die Beep-Codes auslesen, in das Wiki nachschauen oder eben ins OSD schauen, da steht auch, was es bedeutet. Und dann kriegt man doch relativ schnell raus, wieso der Copter nicht das macht, was man selber glaubt, was er machen soll. Das wäre jetzt mal so im Groben zusammengefasst. Wieso ahmt ein Copter nicht? Was ist da los? Ich würde sagen, damit verbleiben wir immer hier. Die wichtigsten Gründe habe ich vorgestellt. Wenn ihr noch Fragen habt, euer Copter ahmt trotzdem nicht. Und ihr seid sicher, das Wiki hilft nicht, alles, alles. Schreibt einen Kommentar unten rein, könnt uns auch gerne direkt anschreiben, dann kriegen wir das Ganze schon hin. Wenn ihr sonst noch Anmerkungen habt, habe ich irgendeinen wichtigen Grund noch vergessen, Kommentare lassen. Habt ihr vielleicht, seid ihr selber Anfänger und habt noch irgendwelche Fragen bezüglich Armin an sich, verschiedene Armin-Prozeduren, Kommentare lassen. Wie immer Abo mitnehmen, Glocke klicken, dass ihr auch dann das Update von uns bekommt. Ansonsten, wenn ihr noch Wünsche habt, was wir denn als nächstes in unserer, in Anführungsstrichen, Einsteiger, Anfänger, Sie behandeln sollen, einfach auch Kommentare lassen, dann schauen wir uns das Ganze an. Ansonsten würde ich euch sagen, bleibt gesund, bleibt in der Luft und I hope you learned something today. Tschüssi, euer Zabdingo, Munich FPV.